das wird es auch Bergungsgut ja ich weiß der liegt im Sterben das ist mir schon klar wenn du bloß nicht zu den Wölfen Prozent oh man wer andere Sprung mit dem PC Hardcore was war das jetzt okay das brennt jetzt was passiert jetzt gar nix Licht na toll hochkommt nun jetzt nicht das sind schöne Balken okay okay ähm ja nee ich glaub da komm ich noch nicht drüber gut irgendwas kann man hier noch machen dann keine Sorgen wird schon wird schon ja dann kann ich das vorher auch wieder löschen oder ja sehr gut das hast du richtig gut gemacht na rabe guck mal so wie geht mit in der Schäden es ist da was war da jetzt gerade ach das das Feuer da auf machi lukiduki shusty shusty gut Bögen und die kommen ja auch nicht weiter ich hab auch hier ein bisschen Schiss hier wenn die Wölfe hier so rumlaufen war da jetzt hat es kein Geld macht man nur blöd Lötchen war das auch noch werden gut holen uns das wird schnell was wir haben haben war für ihn die Modifizierung verfügbar für der Bessieber für den Lager Lager mach mal ok da kann man auch noch nichts machen ja wir sind eine fleißige Sammlerin ein Huhn guck mal heute gibt es Huhnbraten so jetzt mag es wieder die Funktioniert ok blut wie viele Volkspunkte gibt es zu tun bühnen ok aufhören der Spielerei bitte ich weiß ganz genau was Redi jetzt schreiben wird er ist doch das haben in Ruhe es wird doch wurscht in der Zeit wo es Erfahrungspunkte gibt sollten wir nicht quälerisch sein so fackelt es mal ab dass wir da noch mehr Bergungsgut kriegen das hätten wir jetzt nicht genügend oh man ist das schön er ist nicht da immer so wenn sie immer irgendwelche Güter findet Räuerchen Mann hier gilt 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 wir schauen uns noch ein bisschen weiter also da kommen wir her glaube ich jipp ja kommen wir her ok so jetzt glaube ich lernen wir was neues für dich war es vielleicht oder auch nicht da muss man müssen wir noch was lernen denn dafür vielleicht müssen wir uns upgraden das könnte durchaus sein weil wir können ja das tun lässt du bist wieder ok dann schauen wir uns das an ich bin Ausrüstung musste meine Maus hier Ausrüstung Bogen upgrade das haben wir doch alles schön das haben wir jetzt noch mal von hier wir brauchen 250 die wir jetzt holen können was soll man damit er braucht Schusswaffe ok eine größtes mal gezielt das 10 Kugel fast ok ok das 450 das kostet 200 das auch 200 dann kann mir auch die Erweiterung kaufen das 300 verspät doch benötigte Lüfter und ein Rückstoß Hensierung die die Präzision und den Zaden eröffnet eine Marke zieht Vergrößerung ist auch nicht schlecht da ich aber viel mehr mit Bogen spielen möchte ich ja eigentlich das noch ein bisschen horten so da müssen wir uns alternativen Weg suchen jetzt Mädchen such ihn warum ich du musst suchen jetzt tut mir leid aber das ist deine Aufgabe jetzt ich steuere die Schnur und du sagst mir was ich tun soll also ok dann darf ich einfach sinnlos rum her schon lange ja noch mal okay dann wird das wohl nicht sein das tut mir jetzt leid dass da nichts draus wird was machst du Mädchen aha aha so kriegt der Hase ein neues Gesicht das ist ja so der Leib springen wir mal hier rüber was liegt denn da da liegt eigentlich was und können wir nicht aufnehmen okay hat Sinn gemacht Kletteräffchen Lehrer ist ja so süß Jip aha aha ja okay aha wenn man schaut sich hier ein bisschen umweit an nämlich Gott dammit hier leuchtet was jetzt trägt mich Gott sei Dank für die Erfahrungspunkte so wieder so kleines Ding hier 1 von 15 Bergedorf Zeit gewonnen wird wie in dieser Fisch so dann wird wieder zurück K July könnte ein bisschen mehr Schaukeln mit mir diese Ruin Kamakura Periode muss ich hatte das alles zu jammertei vielleicht werde ich gab es überschneidungen so leiden ist es Da will jemand nicht, dass ich hier durchgehe, gell? Solche Arschlöcher. Ähm. Okay, der schreit auch danach aus, dass ich da hochkolle... Klettern! Mädchen, du musst Muskel aus Stahl haben. Puh. Okay. So, das ist ein bisschen noch höher gelegen. Da war ich noch gar nicht drauf, hier. Oh, ich mach nicht noch mal zurück. Hehehe. Verschleckten, der Fall, verschleppen. Oh, Bergungsgut. Das ist, glaube ich, von einem... Flugzeug, ein Träger, so wie ich jetzt erkannt habe. So schätze ich aus, ne? Warum wir ein bisschen voll? Da liegt noch mal... Wie viele Bögen? Oh, malala. Oh, ho, ho. Oh, alala. Hier, ja, toll, ne, Bögen, Bögen, okay, ja, gut. Ist ja sehr schön. Ach, scheiß, ruckelt. Okay, wir sind jetzt hier weiter runter. Nö, keine Wölfe, bitte. Nö, nicht noch mal. Boah, ho, 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 mit dir jetzt gefetzt du. Ho, ho. Er prägt mich auch nicht zu tasten hier. Wenn nur ein unschuldiges kleines Mädchen. 21 Jahre alt. Aha. Was ist da? No thing. Naja, gut. Schon was, sicherlich da. Irgendwo ist immer was. Wenn Raben sind, ist auch Futter da. Hm, toll. Wird das wieder so ein schönes Kletterpassage? Oh, nö, ne? Awesome. Ja, was war das? Das war jetzt ein Blitz, Alter. Das war ein scheiß dreckiger, reudiger Blitz. Boah, hat das mir jetzt gefetzt da, ja, wieder. Meine Güte. Ah, Bergungsgut. Ja, sehr. Kamer schon fast 50. Kümmern zum Bogen, Elf, Maximal, Upgrade. Ja, so wie Super Mario, die sie gemacht. Die sich gibt mit die Verdammt-Pilze. Nein, du hast schon genug Mario. Gib mir, geht. Ich brauche es. So. Da war doch noch was. Irgendwas fehlt mir jetzt hier. Kannst du nicht sagen, was mir da fehlt, Mädchen? Upgradungsmäßig haben wir doch alles jetzt. Scheiße, können wir auch gleich wieder zurückgehen, ne? Weil, das sagt mir ja auch nichts. Das sagt mir nichts. Ähm, wir brauchen da irgendwas Spezielles. Tut mir leid. Oh, la, la. Oh, Andela. Ach so, da geht's ja auch weiter. Warte. Oh, da leckt's natürlich. Sie leckt nicht. Sie leckt. Boah. Oh, wir können da noch nicht hoch. Dann wurde jetzt der richtige Weg. Da scheiße. Huuuuh. Huuuuh. Bist du da wirklich rein, Lorenz? Huuuuh. Huuuuh. Ja. Sonst wäre ich hier hochgekommen. Wäre auch eine einfache Möglichkeit gewesen, Mädchen. Nein, nein, nein. Aber nein, du nimmst ja natürlich den beschissensten Weg. Huuuuh. Ja. Jetzt ist schon wieder was FG um 12.15. Äh, ist so schön. Ich weiß, ich bin jetzt nicht vom Weg abgekommen, aber... Oh, nein. Ist ja auch nicht besser, oder? So. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Nein. Also, das heißt, dass wir hier irgendwann später müssen. Und so ging dieses kleine Kletterersystem zum Betreten erforderlich. Na, danke, dass du mir wenigstens dazu was sagst. Mhm. Die Spur ist entschädtet. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Einfach eigentlich. Okay, ich will mir jetzt diesen Blöden Gehenscheiß-Bofür und ich gehe jetzt da rein, ich gehe jetzt da rein. Ich gehe jetzt da rein. In der Höhle der Löwe. Los geht's. Och, nimmst du Feuerchen auch noch mit Ors. Das ist nett. Ich... Sie kann hier die Waffe eh nicht. Da ist ja meine verstorbenen Abonnenten hier. Hier wird's mir stinken. Spannung steigt. Fallst du mir in den Rücken, Mädchen? Also, ich sag zum Wolf-Mädchen. Ich will nur den Rucksack, sonst nicht. Irgendwie klingt das hier komisch, oder nicht? Oh, ich hab noch 43 Schuss, seh ich da oben. Aber gut zu wissen. Ich kaufe mir eine verdammte Stinken, der Maus. Mädchen. Ich drück schon anders wie sonst. Das ist eine Sender. Okay. Das ist der Sender, der fickt das Sender. Deswegen, wir hier sind. Tü, tü, tü. Oh. Jetzt kommt er, oder? Die Drecksau. Fähigkeitspunkte erhalten. Ja. Nein. Lasse so. Lasse so, wie es ist. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Heile Wölfe. Du lässt mich doch bestimmt raus, ey. Wo war... Wo bist du eigentlich durchgelaufen? Scheiße, die wandern. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. F, F. Und. Japa. Ah. Ja. Ich schmecke gut. Ja, ich wusste es doch. Die scheiß Quick Times Events. F drücken. So, erstmal das hier. Ja. Ja, geh weg. Oh, mein Ball. Oh, und jetzt, äh. Äh, 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 einfach eh drücken, eh drücken. No, Mann. Diese scheiß Quick Times Events. Diese Quickies. Wie René das gesagt hat heute. Quick Times sind kleine Quickies. Na, freut ihr euch? Mensch. Sassi. Dreckiger, freudiger, scheiß Köder. Und jetzt, äh, äh, Aé, drücken. Und jetzt, äh, drücken, äh, drücken. Äh, drücken, äh, drücken. Und jetzt, äh, drücken, äh, drücken. Und jetzt, Rahmenin irgendwie? Oh, fuck. Ja, fuck. mich doch durch wo soll man sich in Wiesnüßigkeit Prozent Edelke geht lösen und noch mal ich drücke einfach nur ich drücke die ganze Zeit einfach scheiße Screenshot auch weil ich wusste es irgendwann schafft man den Scheiß m ich wusste es doch war nicht schön hört doch auf zu schiffen hier bitte derzeit können auch wieder zurück oder das blöde ist wie ab wie käme gehen wir wieder zurück das ist die nächste vor es geht ein bisschen tief runter die gibt es auch noch mal was es wird ihr habt überlebt so 3 von 15 mei wie ist ja gut ja schöne lehrer übersteht alles so wir haben ja eh sehr viel gesammelt aber wir können ja uns hier eh zu Tode sammeln und suchen und finden der liebe das tut jeder ist das ist das nun bergungsgut es ist es ist feilig 250 jetzt bin ich glücklich könnten wir machen Upgrading machen wir haben diesen scheiß Peilsender wieder und wieder da oh nein upsie oh okay ich wollte jetzt eigentlich da wieder rauf das wusste ich jetzt nur bloß nicht dass sie sich da nicht festhalten konnte grad dann kann es mich auch mal am Arsch so jetzt laufen wir auch wieder zurück hier da leuchtet es sogar machen wir es nochmal boom 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 macht es da okay medikit als auch dabei wundert mich jetzt dass du nicht gefressen worden ist und so und scheiß direkt und so mit okay fliegt gut hat fast verstanden meine güte ist manchmal verstehe ich nicht so gut damit der jetzt wach wird dann vor uh und hast du es gemacht vor schade gut aus ich liebe dich das hast du mir beigebracht wette in der Spätschicht im Ninebells was gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts hey du hast ihn gut gemacht hast du viel Blut verloren also ich nehme mal an dass jemand damit hoch zum Funkturm soll naja es ist die beste Chance ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden scheiße ich liebe dich sag's doch endlich ich bin eine soft man doch doch jetzt kriegen wir seine noch nicht damit er mich anlächelt der spitz auf mich dann hoffen wir mal dass ich schnell ich muss ja was sagen sei vorsichtig er hat können wir jetzt diese Waffe auch upgraden da ist die schon awesome Waffe es tut es diese Bisse stabiler ist das was wir haben so Mädchen jetzt schau mal wo wir hin müssen nach ganz oben genau du solltest die Axt erst mal an der Felswand da drüben ausprobieren Joop danke jetzt will ich meine Fähigkeit bringen die vielen Märchen und Kletterpartner das ist fast so als hätte er mich die ganze Zeit jetzt kommen Reden mit Mädchen das ich möchte ich das sehen es ist klar dass hier Menschen leben und sie sind organisiert scheiß Untertitel oder aber warum es ist wie so eine Art Kult aber was verstärkten Wurf an mir so jetzt haben wir das total verstärkt okay jetzt haben wir schon mal einen sehr starken Bogen wir haben ja da fast unendlich Munition in diesem Leben darum habe ich das getan aber eigentlich da steht nur 20% Bogen Upgrades 2 von 2 20% gemeistert und wir kriegen einen Lernpunkt yay okay wir können wieder Überlebens Upgrade setzen Überleben ist ja wichtig da haben wir jetzt zum Beispiel Pfeile wiederfinden gefunden gefunden ne was haben wir hier wir haben glaube ich sicherer Schuss sie sind konzentriert haben mehr Zeit mit dem Bogen zwischen ihm muss das normales Munitionskapazität setzen sie Beutel Tasche effektiv ein können sie mehr Munition transportiert ja nicht schlecht dann die Erweiterung Gewicht die wir können ihre Stärke möglich und der Mördname Maximale ihr könnt übrigens unter diesen Videos mal schreiben bitte was man da so upgraden kann oder was gut wäre redet mit mir Leute ist das einfachste Bogen ist Gepärte ich glaube da brauchen wir erst einmal was habe ich irgendwie so Gefühl oder erfahrener Mörder Bogen Experte ich gehe eigentlich gerne was in Überlebens Instinkte rein sammeln hier tierische Instinkte halten sie die Augen offen um schwer zu finden die Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren dann sammelt sie zusätzlich Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmittel drohen okay dann verbessertes Bergen durchsuchen sie Kisten und Truhen sorgfältig und zusätzlich Bergungsgut zu erhalten wäre ja eigentlich jetzt nicht schlecht weil wir brauchen ja ziemlich viel Knochen und Sammler plündern sie Tierkadavern sorgfältig halten sie zusätzlich jetzt Bergungsgut das ist beides ne durchsuchen sie Kisten ne und hier das braucht erstmal das finden sie bei Totenfeilen versteckte Taschen und zusätzliche Munition erhalten selber Rang 2 aufgehärtet sind wir noch sehr verschlossen an Blinden Tierkataversorgfältig halten sie dann mach ich lieber ein Kisten Tücher sowieso so müssen sie zu sich über die Skunkisten und andere Quellen bing bing